Alli hallo meine Freunde, willkommen zurück zu X-Divion, dem Free2Play Shooter von Ubisoft. Mein Name ist Rob, das ist Abschluss, zockt, let's play. Und wir zocken heute wieder diesen Free2Play Shooter, diesen Gratis Shooter, sogar mit Crossplay. Hier, After PS5, hier in meinem kleinen Aufnahmezum. Heute leider wieder ohne Webcam. Ich muss die neu installieren, ich musste nämlich mein Steam, äh, mein Steam sag ich schon. Mein OBS neu installieren und hab die Webcam noch nicht hinzugefügt. Tut mir leid, aber, naja, es gibt Schlimmeres als meine Hackfresse nicht im Fernsehen zu sehen. Und auf dem Handy, je nachdem wo ihr schaut. Und wir spielen, Meltdown, eskortieren, Tom Clancy's, The Division 2. Und da sind wir, und wir nehmen wieder Mali mit dem Aufklärungsanzug. Und jetzt geht's los, wir spielen zusammen mit der Lolliger, mit Eyad, mit Guest NG, mit Namuka und mit Harald Seedorfer. Seid mir gegrüßt und wir hoffen auf ein gutes und spannendes Match hier bei XDevient. Wir eskortieren mal wieder den kleinen Roboter, haben wir lange nicht gemacht. Aber wir haben ja wieder unsere Willkommens-Playlist. Unterbinde die Lieferung dieses Pakets, Aiden. Mach ich, also probier mal. Auf jeden Fall. So, in Position gehen. Tore öffnen sich. Wir gehen in Position. Und wir müssen zuerst aufhalten, wenn ich das richtig sehe. So. Ich geh erst mal hier rüber. Okay. Das Paket darf die Lieferzone nicht erreichen. Störe die Feinde, die es eskortieren. Super. Wo kam die Granate her, bitte? Zwei hat er weggenutzt. Alter, was für eine geile Granate. Hat er denn, Harald, Harald, der hat uns weggemacht, Harald. Oh Mann, eh. Ich sag Harry. Harry, komm. Komm Harry, wir schaffen das. Wir halten die auf. Ah. Ah, schade. So, na, immerhin habe ich mich mal revanchiert. Uh. Okay, sehr cool. Noch ein Schadensassist gemacht. 17%. Oh lol, Liga, haut hier einen weg? Wo? Über uns? Hier oben? Ehrlich? Ah, tatsächlich da oben. Dann treffe ich den eigentlich nicht. Wir raten. Oh, kommt noch einer. Nein. Nee, das ist überhaupt nicht gut. Was ist hier los? Wir werden hier, wir werden hier hingerichtet. Wir werden hier abgeschlachtet. Alter Schwede. Na gut, macht nichts. Es ist nun Spiel. So, schauen wir mal. Ich habe einen. komm ich muss warten geht noch jemand in meine mine rein hier die laufen alle da lang steht steht das wird ein disaster hier war es nein man ist eigentlich meine waffe so gewackelt komm lauf in die mine ja versuche ich ja warum ist ja nicht mit drauf gegangen ich muss nachladen okay wo läuft das teil lang eigentlich ich komme hier nicht mehr durch online wo sind da hingelaufen ausgehen jetzt habe ich kein scan mehr wirklich ich brenne da kommt noch einer naja kommen wir werden uns mit allem was wir haben oh man oh man oh man oh man oh man 093 das ding rocken die sowas und und Doch von oben Von oben kam der Einer von uns nicht aufgepasst hier Zack Mist Okay, wir treiben, wir treiben das sowas von voran Wir treiben das vor uns her Das Paket, scheiße, Alter Innerhalb von sieben Minuten Eskortieren verloren Was für ein starkes Team da auf der anderen Seite Also wirklich, wie Punkte haben wir hier eigentlich Neun Kids haben wir gemacht, immerhin Achtmal gestorben, drei Assists haben wir noch hingekriegt Gerade bei 898 Schadenspunkte haben wir hierhin geliefert Ist nicht so toll, wie es aussieht Und klingt auch nicht so toll, wie es sich anhört Aber Wir geben unser Bestes Na, das muss man jetzt auch mal sagen So, wir geben jetzt einfach unser Bestes Wir kommen überall nicht raus Was ist hier los Ich gehe hier raus Ich gehe hier raus Ich will anfangen Okay Oh, hier ist eine Tür offen Keiner da Keiner da Der Feind hat die Lieferzone erreicht Dein Ziel ist jetzt, ihre Lieferzeit zu unterbieten, Agent Du brennst, Agent Ja Direkt auf mich gesnabelt Ich habe die nicht gesehen Ich habe die nicht gesehen, ne Ich brauche einen Sanitäter So haben wir den Sniper schon mal weg dort Wo hängen sie denn noch rum Hier lege ich mal einen hin Könnte man schon ein bisschen scharf schützen hier, ne Guck mal da, Enzo, da ist er Keine werden aufgespürt Und wo ist der Sniper denn? Das Paket nähert sich dem Checkpoint Und da oben werden es jetzt Granaten runter Okay So, wo sei da Oh, da hinten war das Ja, ich habe noch gesehen Ich habe die Taschenlampe noch gesehen Ich habe die Taschenlampe noch kurz gesehen Wo sind sie denn? Ja, man, haben wir den auch weg Für ein Retter, habt ihr das gesehen? Ich habe mich gerade sowas von konzentriert Okay, da ist auch down Oh Da oben drin hockt die Drecksau Holten euch Hä? Oh Nein, geht doch in die Mine Entschuldigung Entschuldigung Nee, nee, Isabel Ach, die kann ich mir doch mitnehmen, oder? Ich glaube, die Zeit werden wir nicht mehr schlagen können Aber wir verteidigen uns eigentlich ganz gut hier Die waren der Schreckliche Sehr gut Oh, da ist noch einer Ja Komm her hier Kommt her Nein, warum kommt keiner her Man, Leute Schade Ganz knappe Niederlage Ich habe gefeitet bis zum Ende Ihr habt es ja gesehen Ach, fett eh Oh lol, ich äh, jawoll Spieler des Matches Hat er sich verdient Also mit 8000 Punkten gegen so einen Gegner Hat er sich das wirklich verdient Wir gucken mal bei uns War auch nur 20 Kills gemacht Ey, immerhin 20 Kills gemacht Aber ich glaube, wir waren nicht so oft am Zielpunkt, ne? Das kann sein Gut, Freunde Dankeschön für das Einschalten Drangeblieben, reingehauen Liebe Grüße, euer Rob Ciao, macht's gut